Meiser Blechprofilroste Geprüfte Qualität für Treppen, Böden und Bühnen Die Herstellung von Blechprofilrosten stellt hohe Anforderungen an Material und Verarbeitung, denn sie werden überall dort eingesetzt, wo es auf hohe Festigkeit und Trittsicherheit ankommt. Meiser hat daher besondere rutschhemmende Oberflächenstrukturen in unterschiedlichen Rutschklassen bis R13 entwickelt. Grundlage für die Produktion der Blechprofilroste ist das Spaltband. Dieses wird auf eigenen Spaltanlagen aus Keuls hergestellt. Eine besondere Führung der Metallbahnen sorgt dafür, dass das Material seine strukturellen Eigenschaften in der Verarbeitung nicht verliert. Die produktionsfertigen Spaltbänder werden dann an einem der computergesteuerten Stanzautomaten aufgelegt. Blechprofile können in Stahl, Edelstahl und Aluminium hergestellt werden. In millimetergenauer Arbeit müssen die Bänder in die Maschinen eingeführt werden. Die Stanzmaschinen werden mit unterschiedlichen Werkzeugen bestückt, sodass viele unterschiedliche Produkte die Maschinen wieder verlassen. Diese unterschiedlichen Oberflächen werden beispielsweise mit Begriffen wie Step-Block bzw. Form-Step bezeichnet und wurden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitssicherheit sowie der Materialprüfanstalt für Feuerschutz getestet und zertifiziert. Die gestanzten Teile werden dann an gesonderten Maschinen abgekantet. An den modernen Produktionsautomaten von Meiser ist es aber auch möglich, die Stahlbleche in einem einzigen Arbeitsschritt zu stanzen und zu profilieren. Im Anschluss werden statische Berechnungen mittels praktischer Belastungstests belegt. Schweißoperationen an Blechprofilen werden von speziell ausgebildeten Fachkräften ausgeführt. Der Einsatz einer Stanz-Nibbel-Lasermaschinenkombination eröffnet in der Blechprofilproduktion ganz neue Möglichkeiten. Statt von einem Coil werden hier Tafelbleche eingezogen, die von einem computergesteuerten Programm in der Maschine exakt nach festgelegten Vorgaben verarbeitet werden. Die drei Produktionsschritte Stanzen, Prägen und Lasern können hier in einem Arbeitsgang durchgeführt werden. So entstehen zum Beispiel Anbauteile sowie Spindelstufen. Die Wahl der Formen ist aber völlig frei. Entsprechend dem Einsatzzweck bzw. den architektonischen Anforderungen werden die Blechprofilroste verschiedensten Oberflächenbehandlungen unterzogen. Beispielsweise diengerechter Feuerverzinkung in eigenen Verzinkereien. Die Blechprofilroste von Meiser verbinden Stabilität und Trittsicherheit mit ansprechendem Design. Sie sind flexibel und vielseitig einsetzbar. Dian OG-MU-LAND-LAND-LAND-MIT DERKT-LAND-MIT 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017